Moin Leute, DevX hier und willkommen zurück zum Let's Play von The Last of Us. So, wir haben jetzt mehr aufgehört. Und zwar sind wir noch auf der Suche nach Robert. Und ich hoffe mal, dass ihr meinen Ventilator im Hintergrund nicht hört. Meins ist ziemlich warm. Aber ich denke mal, das sollte nicht so sehr hörbar sein. Schon allein, weil der Ingame-Sound so laut ist und weil meine Stimme so laut ist. Okay. Ja, dass sie, sie. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Tja. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Schön gemacht, Tess. Schön. So, na dann. Der ist weit weg. Weiter, weiter. Spencers Computer Supplier. Was ich sagen wollte. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten. Alle gefesselt. Du nimmst den da, ich den anderen. Okay. Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. So. Sehr schön. Das war gerade mein Kampfschrei. Dieses... Ja, eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes sagen. Aber trotzdem. Irgendwo Waffen... Irgendwas. Nö. Okay. Und das ist unser nächstes Opfer. Der einfach nur die Kiste anschaut, ja. Warum auch nicht? Nicht. Oh. Autsch. Oh, den Schlüssel. Nice. Lagerhausschlüssel. Ansehen. Ja. Wunderschön, ne? So. Ja, genau. Schauen wir uns erstmal rum. Vielleicht hier geht... Oh Gott, ich kann irgendwie nicht sprechen. Vielleicht liegt hier doch noch irgendwo Munition rum. Wäre ganz praktisch, weil... Sechs Schuss. Na ja. Aber es sieht so aus, als würde hier nichts mehr rumliegen. Vielleicht da? Nope. Hätte eigentlich ein gutes Versteck sein können. Für ein bisschen Munition. Aber da ich auch schwer spiele... Dürfte das Ganze ein bisschen schwerer sein, ja. Munition zu finden. Vielleicht hat der hier was dabei? Nope, auch nicht. Na dann. Wird die Munition knapps suchen nach anderen Überlebensstrategien? Wir haben die Fichten in Zürich weitergebracht. Und alles verwickelt. Gut. Drehen wir noch mal runter und gehen dann. Es ist gleich Sparstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich intent, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen. Wir finden sie schon mal. Okay. Okay. Das ist ne Flasche. Ich würd mal sagen... Richtig. Die Lok war einfach mal da hin. Jawoll. Sehr schön. Na komm. Der hat da auch nichts dabei. Was geht denn ab? Warum haben die alle keine Waffen bei sich? Der da drüben hat allerdings eine Waffe bei sich. Ja. Oh. Okay. Gut. Jawoll. Ich hoffe, der hat das nicht gehört. Aber scheint nicht so. Ne. Sehr schön. I'm so fucking stealthy. Wo ist der letzte? Ich sehe ihn nicht. Der ist hier nirgendwo. Ja. Okay. Wo ist der bitte? Oh. 19. Get the fuck out. Ja. So. Hier ist nichts mehr. Können wir da irgendwas machen? Nope. Können wir nicht. Okay. Der letzte ist dann wahrscheinlich dann nach rechts gelaufen. Moment. Wie kann man sich das nochmal anlehnen? Oder macht er das von automatisch? Okay. Das macht er von automatisch. Weil ich habe schon die letzten zwei, drei Tage nicht mehr gespielt. Es kam ja auch nichts. Ja. Dementsprechend muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Also da hinten gammelt der. Heißt also. Oh da. Oh da ist zwei. Drei. Okay. Oh 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 oh. Wir wollen ja sterfen. Also heißt das. Der ist bei dem hier. Im dunklen Eck. Ja gut. So dunkel ist das ja gar nicht. Okay. Nein. Geh nicht da. Ja. Scheiße. Oh mein Aiming. Okay weg. Weg 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 weg. So. Shit. Ja ach so. Ich dachte schon die suchen gerade gar nicht mehr. Na komm. Einen Schuss haben wir noch. Oh der muss treffen. Wo bist du? Da oben irgendwo. Und da oben ist ab. Hallo. Jawoll. Haha bitch. So. So wird das gemacht. Sehr schön. So. Sechs Schuss. Wow. Wunderbar. Wir bräuchten hier mehr Leute. Vielleicht. Wir wären nur im Weg. Stimmt auch wieder. Hast du irgendwas dabei gehabt? Ne du hast dich auch einfach nur in Deckung begeben. Moment ich will mich hier oben noch. Oh Gott. Ich möchte mich hier oben noch umschauen. Schlimm. Wenn wir mal ein paar Tage nicht aufnehmen können wir schon nicht mehr reden. Okay. Ach genau. Wir haben noch. Nice. Was zum Werfen. Als ob hier nichts liegt. Das kann mir keiner erzählen. Tatsache hier liegt nichts. Finde ich echt ein bisschen schade. Wenn man schon so große Räume hat. Dann könnte man auch was verstecken. Ah. Und hier? Messer. Ein Messer ist eine lauflose Waffe. Mit der du Gegner schneller und geräuschloser. Geräuschloser ja. Ausschalten kannst als mit erwürgen. Schleich dich von hinten an einen Gegner an. Ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut. Um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind zerbrechen sie. Verbessere ihr Haltbarkeit. Indem du Trainingsbücher findest. Okay. Nice. Hier noch irgendwas? Nein. Da kommen wir her. Na gut. Oh shit. Blutig. Okay. Achso. Halt. Ach. Ich bereite mich ja nicht die ganze Zeit für Quick-Term-Events vor. Holy shit. Das ist zu viel. Okay. Ich wollte gerade sagen, hey. Kampf oder lautlos. Achte auf deine Vorräte, wenn du entscheidest, wie du Feinde angehst. Aber natürlich. Hm. Die Halle ist doch einer reingelaufen. Dass die auch von der Schießerei da drüben bereits mitbekommen haben. Das finde ich ein bisschen komisch. Oh ja. Da ist auf jeden Fall einer. Ja, da hinten steht einer. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre selbstmacht. Mit wem zöner redet der? Okay. Ganz leise. Oh. Du bist so schlecht positioniert, mein Freund. Also aus aller Sicht jetzt. Oh. 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 Die haben nie was dabei. Sag mal. Die werden ein bisschen lausig bewaffnet. Und zwar gar nicht. Wie wollen die jemanden verteidigen? Oh. Lego. What? Ai. Ja gut. Ja, ich weiß nicht, wie ich gerade auf Lego gekommen bin. Das sah einfach aus wie ein Lego-Baustein, ja. Was auch immer sowas in dem Spiel machen würde, weil es eigentlich ein Backstein ist. Aber trotzdem sind die alle hin. Ich würde sagen, wir werfen einen. Scheiße. Da steht keiner, okay. Die sind beide. Okay, das passt. Wir können ihn eigentlich auch einfach mit dem Backsteiner schlagen. Na komm und. Nein, da war noch einer. Scheiße. Ah, der wurde mir nicht angezeigt. Ah, wir können eingeschossen werden. Während wir, ähm, der Assassination rufen oder was. Hinter dir. Du bist der edeligte Arschloch. Oh, crap. Ab. Warte. Nein, 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 nein. Hinter dir. Warte, wieder. Fuck. Ah. Scheiße. Okay. Ähm. Ja. Tja. Keine Kontakte mit dem Lauten. Wir müssen klug vorgehen. Ja. Anders wie davor. Boah. Holy shit. Okay. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre selbstmord. Gut. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir die Leichen nicht wegtransportieren können. Also, dass man die einfach wegschleifen kann. Aber scheinbar ist es auch egal. So, wir haben den Backstein jetzt wieder. Wie können wir das Messer auswählen? Ach genau, auf, äh, Dreieck. Ja. Schießen möchte ich erstmal gar nicht. Nur im Notfall. Weil die Munition ja echt schon ziemlich knapp ist. Äh, die locken wir einfach mal... Ah, scheiße, wo locken wir denn hin? Da hin. Nein. Da hin. Genau, da hin. Da, da hin. Irgendwen. Boah, was... Boah, das ist mich gerade erschrocken. Okay. Ja? Bist du der Einzige? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Scheiße. Äh, äh. Okay, ich würde sagen, wir müssen... Du siehst uns nichts? Scheiße. Schnappt ihn! Jawoll, erwischt. Tja, dann, äh, müssen wir wohl doch schießen. Ja, das ist eigentlich vollkommen überflüssig. Na, wo? Na komm. In der Face! Ja, aber doch nicht. Wo, wo ist denn der? Ich wollte gerade auf ihn zugreifen und ihn erschlagen. Aber er ist ja gar nicht mehr da. Kasse. Kasse. Alter. Komm, Alter. Ah, fuck it, Alter. Jawoll. So, lief überhaupt nicht wie geplant, aber trotzdem. Wir leben noch, haben einen Medikit und... Noch drei Schuss, ja. Okay, aber erstmal verarzt, ne? So. Jawoll! So. Ist auch noch einer. Munition. Jawoll, sechs Schuss. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Du bist... Was ist denn... Oh, shit. Da. Alter, ich liebe diese Moves einfach. Es sieht so genial aus. Okay. Also. Von dem Feuergefecht würde ich auf jeden Fall schon mitbekommen haben. So. Zwischenraum, okay. Was zur... Klar. wie ich sage, wasser...